Einen wunderschönen Teil von einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit der Basile des Early-Alex-Tes-Aktur. Hallo, keiner sagt Hallo. Ich bin jetzt raus, mach's gut Leute, tschüss. Du kennst bestimmt ein paar Bremer Lieder, oder? Hei hei, ich darf... Das ist jemand Lieder. Hier, ich kenne, wo die Weser einen großen Bogen macht. Das müsst ihr Kundran aber vielleicht auch kennen, oder? Kundran? Welches? Wo die Weser einen großen Bogen macht? Ja. Ja. Weiter Early? Das ist eins der Text, Original. Nö, 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 nö. Hei die Schnauze. Den einzigen Song Takes an Early-Erkenntnis von Wab-Bab. Das ist kein werbefreundlicher Content mehr, weil das jetzt Menschenquillerei war. Mit gestriket jetzt. Bibi! Bibi ist der werbefreundlichste Kanal in YouTube-Deutschland Da kann man ja gar nichts anhängen, also null Warum, das war doch krass Wo Bibi sich schwarz angemalt hat, war schon ziemlich rassistisch Das ganz schwarze da, das dunkelschwarze Also ich guck ja Bibi Bibi-Merch, ja, Timob-Merch Natürlich hat er die Kunstbilder, die es auf Instagram stellt Hallo Bilou Das ist kein Merch, Alter Da ist ihre Unterschrift drauf Ja, Wahnsinn Hat er nur eignen Merch, viel zuviel Ich find die Instagrammer kommen immer schön Irgendwie immer in solchen Posen Als würden sie gleich anfangen mit Beischlaf Und immer immer da, da die Fotos macht Ist immer sehr gut Vielleicht stellen die auch das Handy dahin und haben Zeit Zeithalmer, natürlich auch sein Hast du auch schon Adidas-Merch? Adidas-Merch? Ja, steht ja Adidas drauf Ist ja ein theoretischer Merch von Adidas Ja 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 Wie? Wo bleiben jetzt die Besten auf first? Na ja, schön Ja Einer hat Kuhn dran, ne? Ohne Scheiß Einer hat ein Fenster aufgekriegt an der langen Seite Wieso kann ich? Weil ich da stande Achso, du warst da dran? Loll Ja Drei Drohnen hab ich Drei Drohnen hab ich Drei Drohnen hab ich Habt ihr zwei Drohnen? Ne Eine fällt grad in den Raum Jetzt hab ich eine noch Eine ist im Raum Ich hab eine Ja die ist hier hinterm Hinterm Bau Warte mal Wau, 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 wau Wau, 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 wau Hier noch voll sinnvoller Stacheldraht Wir haben zwei Mikrowellen hier im Mikro Wir lösen meine Inzwischen meine Genschen voll selten Soap Dispenser Hoppel hier ein bisschen rum Wau, wau Was? Ich bin da Darf ich mach dir mal ein Loch hier, ja? Kunde dran? Nein! Hallo? Ja dann sag doch mit einer Scheiß Impact Grenade Ich hab aus irgendeinem Grund die Fuse Ladung nicht getroffen Kann man die nicht mehr so gut treffen? Hä? Haben wir nen Dock? Nein oder? Ne Einer ist im großen Treppenhaus Relativ low Was ist das? Ist da ne Metallwand hinter? Das ist alles so gut auf dem Opf wie mal auch hier Ich hör ihn Ist das Capture? Ja ne? Also Hold Den hab ich nen Assist bekommen Einer ist down Nice Zwei Leute hier! So! Nein! Das sind am dritten! Das sind zwei Leute verletzt im großen Treppenhaus Und Ash kommt da noch Holt ihr euch? Im großen Treppenhaus Werft ne Granate rein? Was ist das ich? Bevor die alle aufhebt Was hast du gesagt? Achso? Hier ist alles auf Alle im großen Treppenhaus Allesamt Ich hab noch einen down Liegt immer noch oben im Treppenhaus Da ist noch einer auf dem Dach Alter ey Nein! Nein! Einer liegt noch im Treppenhaus Und fühlt es auf dem Dach Aber er müsste jetzt nicht pushen Sind wieder alle Stehen wieder alle glaube ich Ich könnte weinen Hätte ich 50 HP mehr gehabt wäre das glaube ich kein Problem gewesen Kann man jemand das Radio ausmachen? Ich mach das jetzt Ich verhöre drei Leute Ich hätte zwei verhören können Gleichzeitig? Du weißt dass das nichts gebracht hätte oder? Doch ich hätte drei verhören Hey sag mir wo die sind Ja mach ich Hey sag du mir wo die sind Ja mach ich Ich hab's dir doch schon gesagt Das ist so dumm Mann! Macha Vera Die ist mein neuer Alde hier Du hast bis jetzt noch nichts damit gerissen Ich hab zwei Leute da geschossen Oh shit Oh shit Drona hab ich Einer ist glaube ich in der Haupttür Einer ist glaube ich in der Haupttür Das sagt so lange nicht aus ehrlich Wenn die alte Demenz hat wärs ja noch verständlich aber so Voll der Wallhack Irgendwas fused Ah was ist denn los? Wo ist das denn unten? Ne hier nebenraum Er kann ja mit dem Stacheldraht kaputt gemacht haben Den du zum Hören benutzt hast Das Füß war bei dir oder wie war das? Ja auch so oben Treppenhaus Rezeption Ok der von Das war von ihm aber auch schlecht Ja Der Füß hat nicht mal geschossen Obwohl er sogar noch Zeit hatte Weil du ihn nicht gekillt hast am Anfang Hm Ich hab überlebt Stimmt Ne 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 Was hat sich aber in Rainbow im Casual geändert Dass wir die letzten ungelogen 20 Folgen gewonnen haben Wir sind einfach richtig gut Ist das Matchmaking in Anführungsstrichen besser geworden Weil wir alle anranked sind Vielleicht sind die ganzen Leute die viel spielen inzwischen weg Wieder und warten auf die neue Season Ich kann mir nur vorstellen dass die am Matchmaking gearbeitet haben Und da wir alle kein Ranked spielen kriegen Wir halt auch nicht so gute Gegner ab natürlich Das einzige was ich mir vorstellen könnte Aber das wäre ja eigentlich ein Plus für Ubisoft Natürlich blöd aber wir haben jetzt die letzten 20 Folgen Dann haben wir fast alle mal 3-0 gewonnen Ja Wir haben glaube ich eine Runde haben wir nicht gewonnen gehabt Ne Also in den letzten Wochen Er hat dir mal alles gedacht Wir haben immer 5 Folgen Ich glaube die letzten 3 Es wäre ja schon mindestens alle Runden gewonnen Davor war du wo du nicht da warst Da haben wir ja alles Haben wir sowieso gewonnen Das war ja genau Das war ja von vornherein klar Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren Ne vielleicht haben wir auch einfach Glück Aber so viel Glück Und Glück in Rainbow Also stimmt schon wir haben keine Diamonds mehr Und so ein Zeug auf die extrem abgehen Oder wir spielen halt in der doofen Zeit Kann auch sein Also 20 Uhr Primetime ey Das muss eigentlich die beste Zeit sein Ja aber Dienstag halt ne Patchday Ja und da denken sich die Profis Ne nicht am Patchday Ne heute spiel ich nicht mehr Das ist mir zu krass ey Musst du erst den neuen Content lesen Auswendig notieren aus Reddit Ne aber Early ist ja auch nicht schlecht Alex carried uns immer Ich schau zu Daxe ist ein guter Schildspieler Und er hat auch seine Phasen Oh die haben Cupcon Oh Gott wie sieht das denn aus Ich hab mal nie die auch gespielt Obna zwei Drohne zur Verfügung Oh die hört sich gemerkt wirklich an Ja auch ist auch ne gute Waffe Die Streeple Ich hab die noch nie gespielt Die auch Ja auch ist echt cool Da hat er nur Der schlechtes Operator Da sind ein paar Hinteres Treppenhaus Die fliegt ganz schön komisch Early Early Weg 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 Okay Das kannst du wieder ran wenn du willst Ne da kann ich auch mal lenke Okay Cupcon ist in den Raum drinne Cupcon ist in den Raum drinne wo Downroo mal drinne war mit den Fenstern Mit den Sweren an der Seite Ja die Küche da Okay das war kein Crop Genau genau Alter ist es dunkel ich sehe überhaupt nichts Cupcon Draht kann ich von oben nicht zerstören leider Jetzt hab ich los da noch und gehen rein Ich hab bis jetzt noch nichts gesehen Ah ist doch ganz ok die AUG Da ist der Cupcon Draht unten Meiner ist unten Kommt jetzt ins Treppenhaus Von wo 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 Das gerade Treppenhaus Nicht die Wendeltreppe Haben die ne Frost Ich seh noch nix Ich bin doch hinter dem Kein jeder die an der Wand Ne Frost hat die nicht ne Habe ich jetzt noch nicht gesehen Cupcon haben sie Äh Fenster alte haben sie So guten Tag Das ist ja ne geile Pose hier die kenn ich gar nicht Komm jetzt auch rein Early B In den Raum weiterhin Leut injured ist es Cupcon Wieso hab ich den injured ist es gekriegt Weil ich den schon tot Sehr gut Rechts um ihr Step was Da ist C4 drin Ähm Er hat auf dich geschossen Alex Wo ist der Der muss im Raum sein Das Fenster ist offen was dort liegt Ah der ist in der Toilette Jetzt nicht mehr Das ist nicht die Toilette gewesen Achtung ich bin im Raum drin Ah fuck hinterm Schild rechts Wenn der reinkommt rechts ist es ein Schild Ah ja Ich habe ihn nicht bekommen Ah nice Und der andere ist unbekannt der ist nicht im Raum Der Gegner verbleibt Ah Ich spotte ihn euch wenn ich ihn sehe Kleine Du Arsch Ja ich habe gehört das wäre der Gegner gewesen Ich habe ihn gerade gehabt da wäre er nämlich gekommen links da Jetzt hat er vor meiner Nahrung vor eingelaufen bei Kamera Du hast mich so angelächelt Ah Kleiner Du Arsch Ja ich habe gehört das wäre der Gegner Kleine Treppe wollte ich sagen Kleiner Hai So dann spielen wir mal Frost Mit den schlechtesten Schmuck Waffen überhaupt Obwohl die Supernova Ah komm Supernova Ah es gibt nicht gerade viele hier Geh Jo jo Ne Jo 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 dat Jo jo dat Wo kam das denn mal her Man Wadded said denn Wah das kölsch ne Das ist ja schon wieder early Im Prinzip wäre der von Stefan Raab Ich weiß nicht mehr in welchem zusammen Ja mit Kylie Minogue In Bremen, genau. Das war mit keinem genug. Einen Schlaufe. Echter Bremer. Hast du recht. Genau. Hast du recht. Hast du recht. Early ist Vollblut Bremer. Kann ich eigentlich... Warum kann ich keinen Moven hier? Wie, wo? Du kannst alle Leute Moven, die in der Rangordnung unter dir sind. Also keinen. Lalu hat S, A, N, A. Deswegen geht das nicht. Bist du gut, Truppe? Ich muss Early auch mal ein paar Rechte wieder wegnehmen. Jetzt habe ich diese Scheiße im Kopf wieder. Jetzt leg doch mal hier den Kunden ran. Ich will die Einrechte wieder haben, vollett. Warum spiele ich die Kamera? Scheiße. Ich will die Einrechte vollett. Was machen wir denn hier dichter eigentlich? Hier könnte man dicht machen. Hier dicht machen kannst du hier nicht. Nee. Das ist eine offene Konversation. Die Dropper oben. Das hier oben könnte man aufmachen. Ich würde lieber aufmachen, den Dropper. Mach mal öff. Kann den wer aufmachen? Ah, Sachse kann. Nee, nee. Nee, kann er nicht. Ich kann. Dann musst du durch den Dropper runterspringen. Ich bin der erste tot. Ich bin der erste tot. Mal gucken, wie schnell ich sterbe. Sie sind vorne, vorne, vorne bei mir. Oh fuck, ich bin wirklich der erste tote. Dann können wir noch irgendwo eine Drohne. Wir sind schon close. Schön Early, schön. Zwei Schilder drauf, Alex. Ja, ja, wir müssen aufschlagen. Sie müssen aufschlagen. Alex, willst du raus? Nee, erst wenn die aufschlagen, damit ihr Schild weg ist. Ich habe die gebootet. Hanna oben. Auf dem Dach. So schlagt auf. Ich traue sie nicht aufzuschlagen, wenn du schießt. Wir haben dich nicht im Visier, oder? Äh, wo bin ich denn? Wie bin ich denn da rüber gesprungen? Was war das denn? Okay, Titch ist da draußen und irgendwas anderes, glaube ich. Titch war so eher rechts Early, glaube ich. Sachse, ich glaube, bei uns oben ist einer. Okay. Ja, in der Inneren war auf jeden Fall auf dem Dach. Der ist, äh, das Dach war hier, ähm, wo, wo Alex, also bei dir links. Einer hängt am Fenster. Äh, in den kleinen Raum. Scheiße, kann ich nicht ansagen, wie das heißt. Von dran, du kannst ihn holen, wenn du leicht rausguckst. Der andere ist auch an der Seite. Lass ihn lieber reinkommen. Ja, ich spotte jetzt den anderen, das ist Blitz. Oben, 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 oben. Äh, äh, äh. Ja, warte einfach nicht. Hä, hab ich dich Blitz nicht kommen sollen? Ich spotte euch beide jetzt die ganze Zeit durch. Da kann man hin. Und da kann man hin. Einer kommt jetzt rein, Blitz. Und Ash guckt aber, ja, lass den reinkommen. Wieso gibt mir das keine Punkte? Ein bisschen Gas. Weil's weit weg ist. Wenn du tot bist, kriegst du keine Punkte. Oh, den hast du gut. Oh, loi. Das war übrigens der Weitwurf zu Fitch. Die trifft mich. Oh, Lucky. Loi. Füllt keinen, nicht mehr spotten, irgendwie. Also Twitch guckt die ganze Zeit hoch. Jetzt guckt sie grad zur Tür. Blitz. Das ist nicht Blitz, was? Das ist Fuse, oder? Naja, stopp. Fuse, ja, cool. Er seilt sich jetzt hoch. Füllt gleich geswattet, genau jetzt. Da seilt sich hoch. Twitch guckt wieder hoch. Ja, komm rein. Nein. Dörfer bleiben. Ash, äh, Twitch ist noch da, wo es letzt markiert ist. Aber es ist nicht mehr markierbar. Warum ist nicht mehr in der Kamera? Ja, ja, hast du gefunden. Und dann gibt's leider noch eine. Nach gefühlten 300 Spots. Ja. Ist wieder aktiv. War aktiv. Ich glaube, ja, genau. Ist wieder kaputt. Ja. Die moved. Ist markiert. Boah, fuck die nicht. Ich glaub, Alter. Die Candy Fendel sind nie, die ich nutze. Wie man sich von der Scheißkamera so einschüchtern lassen kann, ne? Hm. Ist die noch draußen? Die kommt. Ja, ja. Komm zur Tür rein. Oh, da wär immer eine Bärenfalle gewesen. Ja, wo denn, ne? Sieht man sogar jetzt noch, glaub ich. Ne. Pass auf. Doch, sieht man noch, sieht man noch das hier? Ja, da sieht man noch. Stimmt, sie wär genau reingesprungen. Ne, wär sie nicht. Meinst du nicht? Na gut, wär nicht reingesprungen. Leute, ne weitere Runde Rainbow Six Siege. Wird's euch gefallen hat, ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.